hallo in diesem kurzen video möchte ich gern zeigen wie ich die zweite online leistungskontrolle in den grundlagen der elektrotechnik gelöst hätte oder lösen würde dafür habe ich mir hier als fenster ein browserfenster gepackt mit der leistungskontrolle ich habe hier oben octave als schlauen taschenrechner für die zahlenrechnung man könnte auch matlab nehmen man könnte auch python und jupiter notebook nehmen hauptsache das kann irgendwie ein bisschen mit komplexen zahlenrechnen und ich habe hier unten und dafür kann ich mal gleich mein kamera fensterchen klein machen mir noch ein kleines windows journal hingepackt für ein paar notizen und ich klicke jetzt einfach mal auf testvorschau als student studentin hat man eine stunde 30 minuten zeit diesen test zu lösen ich versuche das jetzt mal so in roundabout 30 minuten und je nachdem wie viel ich dazu erkläre wird das ein bisschen schneller oder kürzer gehen ich habe mir diese aufgaben natürlich auch irgendwann mal ausgedacht das jetzt aber auch schon wieder eine ganze weile her und die zahlenwerte sind zumindest für jeden irgendwie unterschiedlich deshalb so ein ganz ganz bisschen nachdenken muss ich auch also schauen wir mal wir haben eine spannungsquelle mit einem maximalwert von 117 volt den übernehme ich mir schon mal und ich mache das mal so ich mache mal fehleraufgabe hier ein skript auf mit einem clear all am anfang und sag mal um sind 11 17 volt und er sind 11 ohm auch wenn ich die vielleicht noch nicht brauche und jetzt ist gefragt wie groß ist der effektivwert dieser spannung und jetzt kann man sich überlegen wie rechnet man effektivwert aus das ist so was wie ein quadratischer mittelwert wenn ich die funktion erst mal davon den betrag bilden und dann ändere ich ja nichts bei der quadrierung welchen betrag bilden klappe ich das hier hoch und das hier könnte ich zum beispiel auch unter klappen dann wäre das ein ganz normaler sinus wenn ich den quadriere ist das wie wenn ich ein sinus quadriere also hier von den effektivwert ausrechnen funktioniert wie bei einem sinus und bei einem sinus rechnet man den effektivwert aus als spitzenwert durch wurzel zwei also wenn ich das mal speichere nenne ich das mal mittelwert effektivwert und ins befehls fenster dann kommen da 82 kommt mal irgendwas raus die pack ich hier rein nur das erscheint auch sinnvoll dass der effektivwert ist kleiner als der spitzenwert mache aus dem punkt ein komma klick auf prüfen okay das stimmt schon mal erste frage richtig dann geht es weiter mit der nächsten aufgabe oh hier ist ein eine frequenz abhängige impedanz gegeben und es steht da wir haben eine schaltung aus zwei grund bauelementen und jetzt sehen wir okay hier fällt die impedanz über der frequenz und steigt die frequenz an und hier hinten bleibt die impedanz konstant das kann man sich schon irgendwie darüber gedanken machen was ist das für eine schaltung also das muss ja sowas sein wie ein kondensator und ein widerstand in reihe weil an dem kondensator gilt 1 durch j omega c das ist das was wir vorne sehen mit steigender frequenz nimmt die impedanz ab hinten haben wir widerstand so und jetzt ist dazu die duale schaltung gesucht ja die duale schaltung wäre ja ein leitwert den zeichne ich auch natürlich wie ein widerstand parallel zu einer in aktivität so und wenn ich jetzt von der dualen schaltung die admittanz aufschreibe die hier gefragt ist dann wäre das ja gd der duale leitwert plus 1 durch j omega l ja und dann sieht man das ist jetzt die den summe noch umdrehen können das kommunizativ gesetz nutzen können aber das ist genau die gleiche formel so und jetzt soll die impedanz der original schaltung hier halt die die admittanz in der einheit siemens also wenn ich das jetzt nehme und durch siemens teile soll die admittanz zehn mal so groß sein wie die impedanz der original schaltung in der einheit oben also wenn ich das hier hinten nehme und durch oben teile und mal zehn rechnen ja also wenn ich sage keine ahnung ich bin zehn mal so groß wie mein fuß da muss ich ja die länge meines fußes nehmen mal zehn rechnen wenn ich sage die admittanz ist zehn mal so groß wie die impendanz muss ich mich ganz nehmen mal zehn rechnen um auf die admittanz zu kommen so einheiten kompensiert und jetzt kann man natürlich jetzt ist die frage wie groß ist die induktivität in der dualen schaltung also wenn ich das siemens hier mal noch hier rüber multipliziere steht da siemens siemens ist das gleiche wie 1 durch oben also ich kann hinten oben siemens wegstreichen um quadrat ausmachen und jetzt ist der duale leitwert der muss eben genauso groß sein ich nehme mal hier eine andere farbe um das zu markieren also wenn ich jetzt den koeffizienten vergleich mache das muss jetzt natürlich genauso groß sein wie das hier noch multipliziert mit diesem faktor ja also lg ergibt sich aus zehn mal um quadrat durch 10 so und ich wechsle mal erstmal kurz wieder den stift zurück so und ich meine dafür mache ich mit mir mal noch mal ein neues fensterchen auf mach mal wieder ein clear all und tja und tipp schon mal diese formel 1 ld ist c durch 10 jetzt können wir uns überlegen das passt auch von den einheiten das sind ja die kapazität vom c sind ampersekunden pro volt farad sind ampersekunden pro volt oben sind volt quadrat durch amper quadrat also oben sind wohl durch amper mit dem quadrat so jetzt kürze ich amper gegen quadrat volt quadrat gegen 1 volt bleiben voltsekunden pro amper über und das ist auch das gleiche wie henry das passt sozusagen so und jetzt ist nun die frage okay wie groß ist denn jetzt diese kapazität naja und die kapazität die muss sich irgendwie hier vorne draus ergeben ja da kann ich jetzt irgendwie gucken also zum beispiel wo schneidet das hier mal vernünftig irgendwie so einen schnittpunkt zum beispiel hinten also bei 8 das sind ja 10 hoch 0 ist 1 10 hoch 1 sind 10 hier hätte ich 8 hertz bei 8 hertz habe ich das sind ein kilo habe ich zwei kilo oben also z c bei 8 hertz sind zwei also betrag ohne strich drunter sind zwei kilo oben wenn ich das jetzt nach c umstelle und das sind 1 durch omega c wenn ich das nach c umstelle kommt da raus c ist 1 durch 1 durch c hoch multiplizier durch die impedance geteilt 1 durch z 1 durch omega und z c so das kann ich hier auch noch eintippen also f sind 8 hertz bei der ich das jetzt abgelesen habe omega sind 2 mal pi mal f grundgleichung für die kreisfrequenz und c ist 1 durch omega und z c das muss ich mal noch hinschreiben z c sind zwei kilo oben abgelesen aus dem diagramm und dann sollte da eine impedanz raus eine kapazität rauskommen und aus der kann ich dann diese duale induktivität ausrechnen so nenne ich das mal blick ins befehls fensterchen also da ist jetzt diese ganzen werte rausgeportzelt und jetzt soll ich die milli henry angeben also nehme ich das noch rechne mal 1 e 3 dann sind das ziemlich wenig milli henry aber das kann schon so sein denn ich habe ja hier auch eine ziemlich kleine frequenz und so ich glaube das mal klick mal auf prüfen und das funktioniert ja also die richtige antwort hier steht das in 0,01 dass das passt ok nächste frage was ist das denn ein widerstand ein kondensator und eine ideale spule bilden folgende schaltung mit resonanten verhalten so wenn man jetzt mal hier scharf drauf schaut ich hätte mal fest ok dass die mitte sind die verbunden hier außen ringsherum liegen die auch alle auf dem gleichen potenzial auch wenn das unkonventionell aussieht ist das ein parallel schwingkreis und von dem kann man relativ einfach die güte ausrechnen indem ich die formel aufschreibe und die güte von einem parallel schwingkreis ist er mal die wurzel von c durch l also genau die duale formel zu einem reinschwingkreis und jetzt brauche ich noch die zahlenwerte r sind fünf kilo oben 5 e 3 sie sind neun micro farad das sind sie noch nur sechs und l sind neun mili henry das sind neun mal sie noch minus 3 so nenne ich das mal pak parallel resonanzkreis und dann kommt da eine güte raus von 158,11 was klingt größenordnungs mäßig irgendwie ganz okay klicke ich mal auf prüfen das passt auch ok fantastisch nächste frage eine zusammenschaltung aus einem widerstand und einer induktivität also ich mache mir mal gleich ein neues skript und übernehme die zahlenwerte also r sind 33 l sind 216 milli und wir haben effektivwert von eines stroms von 0,6 ampere und eine frequenz von 54 hertz so und jetzt kann man auf diese schaltung drauf schauen und auch diese schaltung sieht ungewöhnlich und unkonventionell aus aber man sieht okay also am anfang sind die beiden elemente miteinander verbunden es gibt ja auch einen knotenpunkt am ende sind die beiden elemente miteinander verbunden es gibt einen knotenpunkt auch wenn die hier sehr in reihe geschaltet aussehen die sind parallel geschaltet ja so welchen blindwiderstand reaktanz imaginärteil der komplexen impedanz muss ein der schaltung in reihe zu schaltender kondensator besitzen damit sich der leistungsfaktor auf 1 erhöht okay das ist schon jetzt mit einigen rechenschritten verbunden aber der test ist ja so gestrickt nur ob ich die zwischenergebnisse wieder zwischen ausrechnen die die werden dann später noch mal gefragt also was was müssen wir jetzt hier machen wir müssen im prinzip ausrechnen welche blindleistung wird in der induktivität umgesetzt also wie groß ist das q l und das kann ich ausrechnen aus i l quadrat mal omega l so dafür muss ich mal den strom jell ausrechnen den kriege ich immer eine stromteile raus und dann kann ich eben sagen okay das muss genauso groß sein wie das q c ja damit sich das kompensiert und das q c ist eben i quadrat also der gesamtstrom der hier an den klemmen dann fließen soll mal die reaktanz genau mal die reaktanz von dem kondensator also mal 1 durch omega c oder mal xc und das xc suchen wir hier welchen blindwiderstand reaktanz muss man da in reihe schalten und letztendlich ist taucht in der formel hier der betrag von dem xc auf ja oder naja kann man kann man sich so überlegen wie man will also vielleicht müsste ich hier sagen das müsste eben genauso groß sein wie der betrag davon und der betrag davon denn eigentlich ist und uneigentlich ist kapazitive blindleistung negativ weil diese reaktanz ja auch negativ ist also am ende sollte hier was negatives auftauchen rauskommen so und das ist ein q xc hinten also rechnen wir das aus erst mal omega omega ist 2 mal pi mal f so dann brauchen wir den strom den kriegen wir raus über eine stromteilerregel das ist impedanz im anderen zweig geteilt durch die impedanz dieser schaltung im sinne eines maschenumlaufes mal i dafür brauche ich natürlich noch zl das ist j mal omega mal l dann kriege ich den strom raus und jetzt kann ich damit eben die induktive blindleistung ausrechnen betrag des stromes zum quadrat mal omega mal l und dann muss ich die gleichung hier unten jetzt in richtung des xc umstellen das heißt das xc kommt hoch ich teile durch die durch diese blindleistung xc sollte dann eben sein i i gesamtquadrat ja geteilt durch ql und das ganze noch mit einem minus weil ich brauche ja eine negative reaktanz so dann nenne ich das parallel l weil das die schaltung ist und guck mal raus was hier rauskommt da kommen so und so viel um raus sollten das jetzt sein dass erscheint mir tatsächlich ein bisschen wenig ich meine nicht hier 33 oben habe ich rechne mal das omega l aus dann sind es 70 also wenn ich 33 und 70 also ich behaupte dass irgendwas hier falsch ach so und ja klar also meine formulierenden ist einfach falsch ich muss hier noch mal radieren also hier muss natürlich auch mal xc stehen und xc ist ja dann 1 durch xc ist minus 1 durch omega c also so wenn ich das jetzt nach xc umstelle dann muss ich die das ql nehmen und durch den strom teilen also die formel hier ist prinzipiell hat die schon die richtigen werte aber die steht genau in der falschen reihenfolge da so und dann kommen da minus 12 irgendwas raus das erscheint mir deutlich plausibler jetzt so von der größenordnung her interessant dass alle zahlen von 1 bis 5 drin auftauchen oder alle ziffern also gucken wir mal das war auf jeden fall richtig das ist jetzt auch die richtige formel so dann geht es weiter und jetzt können wir hier gucken steht wieder was zusammenschaltung mit den gleichen werten das ist auch die gleiche schaltung die sind jetzt auch wieder ein bisschen unkonventionell ungewöhnlich gezeichnet aus r und l sehen ja aus wie in reihe sind aber auch parallelen es gibt ja knotenpunkte so wie groß ist der fadenswinkel der komplexen admittanz das kann ich jetzt ja auch ausrechnen also die ich rechne mal die impedance aus das ist vielleicht am einfachsten z ist aber ich kann auch die admittanz ausrechnen das ist ja eine parallel schaltung also y wäre 1 durch r plus 1 durch j mal oder 1 durch zl zl habe ich ja schon ausgerechnet so und da kriege ich das y raus das steht jetzt da und jetzt interessiert mich das der phasenwinkel winkel von y und den möchte ich gern in grad haben die formel liefert den in radiant rechne ich mal 180 durch pi kommen da minus 24,24 grad raus die übernehme ich punkt durch komma ersetzt das ist richtig okay nächste frage als es wieder die parallel resonanz kreis schaltung da habe ich die zahlenwerte hier und wie groß ist die relative bandbreite die relative bandbreite ist einfach 1 durch q q habe ich schon ausgerechnet das sind 0,006 oder 6 mal 10 hoch minus 3 klicke ich auf prüfen das passt das ist der richtige wert okay nächste frage ist wieder die parallel schaltung und hier ist jetzt gefragt wie groß ist der effektivwert der spannung der über dieser schaltung abfällt also das kann ich aus der admittanz die ich gerade ausgerechnet habe mal die die impedanz ausrechnen z ist 1 durch y und dann kann ich ausrechnen u ist z mal i i habe ich da oben schon zu stehen und wenn das ein effektivwert ist sollte die spannung auch als effektivwert rauskommen die rechne ich jetzt natürlich komplex aus an der stelle ja hier das u ist jetzt komplex das heißt ich muss von dem u mal den betrag nehmen um den effektivwert rauszubekommen 18, irgendwas wollt nur bei so ein paar zehn oben die wir irgendwie haben 0,6 ampere das kann schon sein und das passt auch okay dann ist die nächste frage also bis jetzt sieht das ganz gut aus wir sind bei frage 7 angekommen wie groß ist das ist der phasenwinkel der komplexen impedance und impedance habe ich auch schon ausgerechnet da erinnere ich das ja einfach das ist natürlich genau der gleiche zahlenwert den wir schon mal hatten bloß jetzt eben positiv gezählt klicke ich mal auf prüfen das passt auch so dann ist das wieder die gleiche schaltung wie groß ist der effektivwert des stroms durch den widerstand da kann ich wieder so eine stromteile regel aufschreiben wie hier und sagen er wäre jetzt eben z l durch genau diesen gleichen nennen und also einfach wenn ich den strom durch den widerstand in dieser parallel schaltung haben will widerstand im anderen zweig durch den gesamtwiderstand im sinne dieses maschenumlaufes und der betrag vom strom sind dann 0,5 irgendwas um und das ja das passt auch also sollte auf jeden fall weniger sein als das hier weil wir haben ja ein r und ein l aber das l wie vorhin schon mal ausgerechnet das ist eben so ein bisschen größer von der impedanz oder von der reaktanz omega mal l waren ja paar 70 ohm das heißt es fließt mehr strom durch den widerstand das sollte schon so stimmen stimmt auch nächste frage wie groß ist der leistungsfaktor der schaltung okay also dafür könnten wir jetzt mal wieder den winkel nehmen der impedanz und einfach davon den kosen muss ausrechnen das ist der leistungsfaktor 0,9 das klingt auch plausibel für eine solche schaltung punkt in kommer ersetzt überprüft passt auch okay nächste frage wieder die gleiche schaltung wie groß ist die in der schaltung umgesetzte scheinleistung scheinleistung kann man ausrechnen aus spannung mal den konjunkt komplexen von dem strom das packe ich vielleicht mal noch in mein skript mit rein so ans ende können auch gleich noch mal gucken ob das mit dem ql passt das sollte eigentlich dann genau der imaginär teil davon sein so und das ist die komplexe scheinleistung davon der betrag das ist die richtige scheinleistung so und die ist da jetzt auch schon ausgerechnet wenn ich davon den betrag nehme das sollte die richtige scheinleistung sein erscheint jetzt an der stelle relativ wenig aber gut wir hatten ja nur 0,6 also wir hatten 18 volt und ist 0,6 war kann 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 schon sein so und auf jeden fall wenn ich mal q also wenn ich den imaginär teil von dem es ausrechnen und das ql mir noch mal anzeigen kommt der gleich zahlenwert raus also wird das schon stimmen das sind 10,8 volt ampere ist die richtige einheit das passt auch das ist das was hier rauskommt okay wieder die gleiche schaltung die umgesetzte die in der schaltung umgesetze blindleistung klar die habe ich ja auch gerade ausgerechnet in volt ampere reaktiv die induktive das passt auch da kommt der richtige zahlenwert raus dann geht es weiter mit der aufgabe wo es wieder um diese frequenzabhängige impedanz geht jetzt gefragt wie groß ist der in der schaltung enthaltene widerstand angabe in ohm falls die schaltung ein widerstand enthält ist der wert 0 anzugehen so dass sollte dürfte müsste jetzt ja diese schaltung hier seine ich habe eine fallende impedanz über der frequenz und irgendwann würde die natürlich noch mehr fallen aber im vergleich dazu wird dann eben ein widerstand bedeutend den wir hinten bei den frequenzen messen und da kann ich gucken das sollten genau 10 hoch 2 sein genau 100 sein also der widerstand sind 100 kann ja auch schon mal auf prüfen klicken das passt das schreibe ich mal hier noch mit hin waren 100 oben die jetzt abgelesen sind so dann haben wir wieder die aufgabe mit dem spannungsverlauf hier wo es um sowas wie mittelwert effektivwert geht welche mittlere leistung wird in dem widerstand umgesetzt leistung im widerstand kann man ausrechnen aus effektiv quadrat durch er die ganzen werte sind schon vorher mal bestimmt da muss ich das nur ausrechnen das sollten dann diese zahlen werte sein 622 watt gehe ich mal auf prüfen passt auch ok nächste frage hier geht es wieder um die impedanz wie groß ist der scheinwiderstand als betrag der komplexen impedanz bei einer frequenz von 9 hertz also bei 8 hertz das waren ja hier da waren das irgendwie zwei kilo ohm hier sind ein kilo hier ist das jetzt ein bisschen weniger als diese zwei kilo ohm also ich tippe mal 1,9 kilo ohm so und das soll man aber in ja im kilo ich mache das kilo so dahinter 10 10 hoch 3 e3 und also hier ist eins hier sind zwei das sollte schon so passen klicken auf prüfen und da kommt heraus okay das sind ein bisschen weniger aber ja hier ist offensichtlich eine etwas größere toleranz eingestellt die einem erlaubt also weil es ist auch auf so einer logarithmischen skala ein bisschen schwierig und diffizil abzulesen okay dann haben wir wieder diese parallel schaltung und es ist gefragt wie groß ist der schein leitwert also der betrag der komplexen admittanz der schaltung die admittanz haben wir schon mal ausgerechnet die hatte diesen zahlenwert und den betrag kriege ich einfach mit betrag raus und das soll in siemens angegeben werden das sollte ja auch in siemens sein mache ich aus dem punkt ein komma und schaue das stimmt auch wir sind mittlerweile bei der 16 frage angekommen ein bisschen mehr als die hälfte ok so jetzt ist die frage gleiche aufgabe wie groß ist der effektiv wert des stroms durch die induktivität den habe ich auch schon mal ausgerechnet dann nehme ich einfach den betrag davon kopieren hier rüber das passt wie groß ist die in der schaltung umgesetzte wirkleistung sieht jetzt wieder ein bisschen anders aus ist natürlich wieder die gleiche schaltung ja die sind hier vorne verbunden und hier hinten verbunden es gibt zwei knotenpunkte zieht wie eine reine schaltung aus mit absicht etwas verwirrend gezeichnet ist aber eine parallel schaltung wenn man scharf drauf schaut erkennt man das und die wirkleistung also ich habe ja hier schon mal das komplexe s ausgerechnet das ist jetzt einfach der realteil davon da kann ich das hier von kopieren und das hier einfügen das sollte die wirkleistung sein ich kann auch genauso noch mal als probe r quadrat das ich ja auch schon ausgerechnet habe mal r rechnen da kommt der gleiche zahl mehr draus also das passt nächste frage da haben wir wieder den parallel resonanz kreis und es ist gefragt wie groß ist die absolute bandbreite und die absolute bandbreite kriegt man raus also bf als relative bandbreite mal die resonanzfrequenz und die resonanz kreisfrequenz die kriegt man raus aus 1 durch wurzel l mal c und wenn ich dann das f resonant resonanz wissen will muss ich das omega resonanz nehmen und durch 2 und p teilen und dann sollte das so passen klicke ich mal auf ausführen dann ist das bf ja also wir hatten ja eine güte von irgendwie 160 dementsprechend relativ kleine relative bandbreite eine resonanzfrequenz von dem und dann kann das mit 3 3,5 hertz kann schon passen klingt größenordnungsmäßig nicht und plausibel stimmt auch so wie groß ist die resonanz kreisfrequenz dieser schaltung resonanz kreisfrequenz haben wir auch schon ausgerechnet kann ich einfach übernehmen und auf prüfen klicken das passt auch und hier ist wieder die mittelwert effektiv hat aufgabe der mittelwert ist ja einfach null weil die flächen die spannungszeit flächen hier und hier und hier und hier die 10 positiv die 10 negativ von dieser hasenohren funktion so nehme ich das mal die heben sich gegenseitig auf da kommt null raus das passt auch dann gibt es eine weitere frage zu dieser r parallel l aufgabe wie groß ist der blindwiderstand die reaktanz beziehungsweise der über genial teil der komplexen impedanz der induktivität das hatte ich hier zwischendurch auch schon so ein paar mal ausgerechnet das waren omega mal l dreihorn oder es sind omega mal l das waren 73 und was und das passt auch nächste frage bezieht sich wieder hier auf unsere frequenz abhängige impedanz und es ist wieder nach der dualen schaltung gefragt also jetzt steht für das gleiche die admittanz soll zehn mal so groß sein wie die impedanz wie groß ist der leitwert der dualen schaltung dann kann ich hier noch mal so einen kleinen weiteren koeffizienten vergleich machen und kann sagen okay auf dieser seite der gleichung muss das jetzt genauso groß sein wie das hier also steht da da die die ist ja einfach r mal r mal 10 also r mal 10 durch um quadrat und da kann man sich einheit mäßig direkt überlegen dass das passt um durch um quadrat ist 1 durch um das sind siemens und das heißt das schreibe ich immerhin gd sollten r sein mal 10 durch um quadrat so und das ist in oben gegeben in siemens gesucht da brauchen wir keine weitere einheiten umrechnung machen da sollten 1000 rauskommen und dann prüfe ich das mal und da steht auch da die richtige antwort sind 1000 ok nächste frage wie groß ist der scheinwiderstand bei 8 kilo herz jetzt können wir gucken hier sind hier ist ein kilo herz hier hinten sind zehn kilo herz 8 kilo herz werden irgendwo hier aber vollkommen egal das ist der bereich wo der widerstand zählt und der widerstand oder die impedanz hier sind 100 oben da sollten 100 rauskommen kommen auch nächste frage es geht wieder um den parallel resonanz kreis wie groß ist die absolute bandbreite dieser schaltung bb omega und die kriegen wir eben raus aus b relativ mal omega resonanz mal die resonanz kreisfrequenz und da sollten jetzt nur von 100 mehr drei drei herz da sollte jetzt das rauskommen weil zwei mal ich kann ja auch mal das so als probe nehmen mal zwei mal pi dann kommen da 22,22 raus in der einheit 1 durch sekunde oder radiant pro sekunde das passt auch dann kommen wir zur nächsten frage schon die 26 frage wie groß ist der scheinwiderstand der schaltung da muss ich mir das skript wieder vorsuchen für das mal einmal wieder aus um die zahlenwerte zu haben und das z hatten wir schon ausgerechnet ja und jetzt geht es da um den betrag von dem z betrag der komplexen impedanz das sind 30,09 ohm was auch sinnvoll erscheint haben 30 ohm parallel zu dem paaren 70 ohm also dann jeweils mit dem phasenwinkel der impedanz da gerechnet das soll hier oben angegeben werden ist die richtige einheit sollte auch passen passt auch so dann ist sie gefragt wie groß ist die in dieser schaltung enthaltene induktivität in millihenry falls die schaltung keine induktivität enthält ist der wert 0 anzugeben jetzt können wir drauf gucken also eine induktivität hätte als impedanz ja j omega l so wie das zum beispiel hier auch steht und das heißt mit der frequenz mit der kreisfrequenz müsste die impedanz ansteigen das macht sie aber nirgendwo in der schaltung also ist ja auch keine induktivität oder das macht sie nirgendwo in dem ergebnis also ist auch keine induktivität in der schaltung enthalten ich gebe eine 0 an das stimmt auch ok dann kommen wir zur vorvorletzten frage wie groß muss ein der schaltung in reihe zu schalten noch kondensator sein damit sich der leistungsfaktor auf 1 erhöht so dass xc haben wir hier schon mal erfolgreich ausgerechnet und jetzt kann man hier einfach diese formel nehmen und kann die nach c umstellen und sagen c ist dann eben 1 durch omega xc und von dem xc muss ich den betrag nehmen oder ich muss von dem ganzen den betrag nehmen auf jeden fall sollte die kapazität natürlich jetzt an der stelle positiv werden so also schreibe ich immerhin c ist 1 durch omega durch xc und jetzt nehme ich hier von dem xc so den betrag das xc war ja hier mit absicht negativ weil es eben kapazitiv zählt so und jetzt kann man sich kurz irgendwie gedanken machen xc hat als einheit ja volt pro ampere oben sind volt unter dem bruchstich ampere über dem bruchstich omega hat 1 durch sekunde kommt noch in sekunde kriegen wir ampersekunden durch volt das sind farad und das soll jetzt in mikrofarad angegeben werden also muss ich den wert der für das c herauskommt nochmal 1006 rechnen und dann sind das 238 mikrofarad das erscheint mit auch einigermaßen plausibel von der größenordnung her und das ist auch richtig damit kommen wir zur letzten frage wie groß ist die resonanzfrequenz dieser schaltung die habe ich ja auch schon mal ausgerechnet das waren das hier die soll auch in herz angegeben werden 559 oder rund 560 das stimmt auch und wir kommen feierlich zur letzten frage es geht wieder um diese schaltung hier und es ist gefragt wie groß ist die in der schaltung enthaltene kapazität die habe ich zwischenzeitlich auch schon mal ausgerechnet da kam hier dieser zahlenwert raus und die ist in mikrofarad anzugeben das sind ja auch schon mikrofarad ja oder ich könnte das c nochmal nehmen und mal 10 hoch 6 rechnen dann komme ich natürlich auf den gleichen zahlenwert tippt ihn ja ein ungefähr 10 mikrofarad und das passt auch die richtige antwort ist 10 und wahrscheinlich ist dieses diagramm mal mit 10 mikrofarad berechnet worden und der rest ist jetzt eben abbrechen fehler oder ablese fehler besser und sich daraus ergebende rechen fehler in der aufgabe ist aber die toleranz glaube ich deutlich größer als plus minus 1 prozent eingestellt damit man sich hier beim ablesen und abschätzen in dieser doppel logarithmischen darstellung auch ein ganz bisschen vertun kann denn so ganz einfach ist das ja nicht so damit habe ich alle fragen durch hier unten sieht man auch schon die vorschau versuche abschließen alles richtig alles richtig alles richtig ziemlich gut so und tja das wäre jetzt wieder so die variante wie ich diese leistungskontrolle gelöst hätte also es hilft auf jeden fall glaube ich sich ein paar notizen zu machen die kann man natürlich auch auf dem zettel machen die habe ich jetzt nur auf dem bildschirm gemacht damit die hier nachvollziehbar sind und es hilft auf jeden fall denke ich eine zahlenrechnung in irgendeinem schlauen programm zu machen indem man ziemlich schnell auf schon mal vorher berechnete zahlenwerte zurückgreifen kann na klar kann man das auch alles auf einem klassischen taschenrechner durchtippen aber der kann nicht so viel schöne zwischenwerte speichern oder zumindest nicht so ja also ich hatte mal ein taschenrechner konnte immer sechs werte speichern das war schon eine ganze menge da kommt man natürlich nicht so weit wie jetzt hier mit einem computerprogramm und genauso mit solchen computerprogramm wird man auch später nach der uni laufbahn als student als studentin als dann in anführungszeichen echter ingenieur oder echte ingenieurin in der forschung oder eben in der industrie arbeiten weswegen es glaube ich eine schlaue idee ist sich sowas möglichst frühzeitig im studium anzuschauen zum beispiel eben zur lösung einer leistungskontrolle im zweiten semester grundlagen elektrotechnik